Und dann wägt man einmal anders an und dann zieht man das. Suki, warte mal. Wow, seht ihr das? Ein Perlenbaum. Wow, wow, kriege ich mich nicht mehr. Suki, warte. Da ist schon eine untergefahren, seht ihr das? Da bin ich da. Wo ist denn mein Finger? Die ist schon weg. Da auch noch, da wachsen sogar Triebe raus. Also ich habe einmal gelesen, dass die Buchen im Wurzelbereich Stickstoffknollen bilden. Und das wird sowas sein. Und das da vielleicht auch. Aber da ist ja eh noch viel zu fest. Das ist alles voll zu fest da. Viel zu fest. Wunder, wunderschön. Wunder, wunderschön. 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 Vielen Dank.